Bayern ist mit des 8.60, mit Frieder übernehmen die Frühstück! Das ist derzeit für die Flusskriege. Wir haben die Flusskriege. Wir haben die Flusskriege. Wir haben die Flusskriege. Und jetzt, jetzt, dann die Wagen zu funktionieren. Auf der zwei in Position. Vorne ist die Parkleien. Auf der drei. Schuppenklass. Noch einmal die Neubolse. Auf der vierte Flusskriege. Ausatmen, Angleicht, der Sitz-Martower abgeln! Damit sind die Wölfe gefallen, die Tag lang im Gewinnen von Regenwölfe. Komm an, komm auf der 2, die 7.50 auf Platz 3, 4, diese Lauf, und die 4. Platz geht an Norden. Optimärgeschwass, das ist der Trudel, ist die große Lauf.